Hallo Freunde, willkommen zurück zur nächsten Folge hier bei Grid Autosport. Wir machen weiter mit Street, da steht uns ja jetzt dieses Cup Event an und ja, da machen wir doch mal weiter mit. Ja, ich möchte nochmal mich auf die Kommentare beziehen, wenn es darum geht, hier unseren Teamkollegen nach vorne zu bringen. Das hat euch nicht so gefallen, kein Problem. Werden wir in Zukunft nicht mehr machen. Das heißt, wir werden dann auch fair fahren, hier nicht mit Absicht andere von der Strecke rammen, um jetzt unseren Teamkollegen nach vorne zu bringen. Dafür wird es aber auch keine Titel mehr in der Teammeisterschaft geben, sondern nur noch die Sponsorenziele. Das reicht aber auch, denke ich. Und ja, ich würde sagen, wir legen mal los. Das erste Rennen hier, dieses Cup Event steht an. Und ja, werden wir mal versuchen, dieses zu gewinnen. Auf geht's. Oh, ein bisschen den Start verpennt. So, und dann müssen wir zusehen, dass wir uns hier so ein bisschen nach innen setzen können. Das ist nicht innen. Ja, da haben wir jetzt schon mal ordentlich diese Kurve versemmelt. Also, das wird kein Kinderspiel werden. Aber wir werden es natürlich versuchen, hier möglichst nach ganz vorne zu kommen. Wir haben ja auch noch massig Zeit. Fünf Runden sind angesetzt in diesem Rennen. Und ich denke mal, da geht schon noch einiges. So, die Kamera ist jetzt übrigens oben am Bildschirmrand. Jetzt kann ich auch die Karten wieder mit einsehen. Das heißt, die Ausrede fällt schon mal weg. Schade. Aber ich glaube, so ist es auch angenehmer, als wenn die so seitlich wäre. So gucke ich zwar auch immer wieder nach unten so ein bisschen, aber das lässt sich leider nicht vermeiden. So, jetzt holen wir uns hier mal den ersten. Alter Falter. Der hat uns ja mal ordentlich ins Schleudern gebracht. Müssen wir mal ein bisschen aufpassen jetzt. Na, ein bisschen gegenhalten. Und dann haben wir die Position gewonnen. So, zweimal leicht, schön nah an der Wand gedriftet. So, und da ist die nächste Kurve, wo wir vielleicht reingehen können. Aber, oh, den haben wir aus Versehen berührt, ganz leicht. Ja, die Bandberührungen, die waren schon ein bisschen heftiger. Die werden uns hier das Rennen dann nochmal kaputt machen. Ja, nicht besser, so haben wir den wieder aufgerichtet, aber das war ein ganz normaler Rennunfall. Boah, weit raus hier, die letzte Kurve. Da gibt es nochmal Gelegenheiten, dann vorbeizugehen. Aber jetzt müssen wir natürlich erst mal zusehen, dass wir uns nach vorne arbeiten können. Ah, den sind wir ein bisschen hinten reingefahren. So, und man sieht auch in der Anzeige, das Auto, das lenkt ein bisschen nach links. Das ist jetzt aber noch nicht so dramatisch. Holla, die Waldfee. Da haben sich ja mal einige verkeilt. Das heißt, wir haben jetzt in dieser Runde schon fünf Wagen überholt. Und vier sind noch vor uns. Also, der Dreher da war natürlich sehr angenehm für uns. Und Conor Johnson, die als Rivalen hier angesprochen wurde, die war übrigens Erste am Start, ist jetzt Letzte. Oh, ja, Alter. Schickes Manöver hier von dem Typen. Zwei Plätze vor uns. Das war wirklich ein astreines Überholmanöver. So, und der vor uns hier, der wird jetzt gleich fällig. Oh Gott. Oh Gott, 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 oh Gott. Ja, das war ein bisschen doll. Da habe ich die Kurve einmal komplett übersehen. Meine Herren. Wie konnte das dann passieren? So, und das war Haarscharf. Jetzt fahren wir dem hier rein, weil der doch ganz schön langsam unterwegs ist. So, und der Linkstrall, die Spur, die nach links geht, die hat sich verschlechtert. Also, es wird immer schlimmer. Alter, Falter, das ist echt kein Vergnügen. Du fährst mit dem Feld mit. Ja, gerade noch gerettet. So langsam sind wir dadurch jetzt auch nicht geworden. Das war noch okay. Aber ich würde ganz gerne mal rechts mit der rechten Seite irgendwo gegenfahren. Vielleicht gleicht sich das dann wieder so ein bisschen aus. Das ist gerade in so schnellen Kurven nicht angenehm, wenn das Auto nach links zieht. So, Faisal Mahmoud, unser Hauptkonkurrent hier bei Street, ist vorne, erwartungsgemäß. Also, das wird nicht leichter, noch in den letzten zweieinhalb Runden hier nach vorne zu kommen. Denn wir verlieren so ein bisschen auf die Konkurrenz, habe ich das Gefühl. Auch wenn wir hier jetzt wirklich sehr, sehr schnell waren. Ja, wir kommen nicht wirklich ran, ne? Das ist ein bisschen doof. Ich glaube, dass unser Auto da vom Motor her auch ein bisschen was abgekommen hat. Ansonsten kann ich es mir nicht erklären, weil wir fahren hier eigentlich gute Rundenzeiten. Also, oder allgemein ganz gut. Ich glaube, das Auto hat einfach so ein bisschen an Power verloren. Das war natürlich jetzt ganz bescheuert. Oh nein, jetzt vibriert das Auto. Ich hoffe nicht, dass da wieder irgendein Reifen dann gleich abfällt. So, jetzt werden wir gleich angegriffen von der Konkurrenz. Denn das Auto ist, ja, ich sag mal so, gerade noch fahrbar. Aber schnell ist was anderes. Also, ich muss echt permanent gegenlenken. Ja, ich glaube, mit Platz 5 müssen wir uns hier tatsächlich zufrieden geben. Nach vorne wird nichts mehr gehen. Und hinten müssen wir zusehen, dass wir hier die beiden Autos hinter uns behalten, die jetzt angreifen werden. So, keine Sorge, da wird der Konter gleich kommen. Aber sicher nicht so. War ein bisschen vorsichtig gefahren. Das war auch nicht optimal, aber wir sollten eigentlich wieder halbwegs rankommen in der nächsten Kurve. Sonst ist hier der fünfte Platz in Gefahr. Ganz blöd. Also, das ist das Problem, ne, bei diesen längeren Rennen. Wenn das Auto... Wenn das Auto hinüber ist, dann geht nicht mehr viel. Boah, ich hab das Auto gemacht... Ah, das ist echt katastrophal gerade. Tja, das können wir uns eigentlich hier diesen unserer Chaos-Version vom Fahren zuschreiben. Weil wir doch ziemlich ruppig gefahren sind in den ersten zwei Runden. Und jetzt bezahlen wir quasi dafür. Ah! Komm, nochmal die Chance, hier vielleicht reinzukommen. Oh, nee! Jetzt müssen wir zusehen. Oh Gott! Nein! Nein, 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 nein. Ach, du je. Ach, ach, Achterplatz. Und das Auto ist nicht mehr steuerbar. Es ist echt schrecklich. Ihr seht das rechts an den Anzeigen. Also, es ist gerade wirklich kein Vergnügen hier. So, in diesen Linkskurven muss ich schon gar nicht mehr lenken. Da reicht es einfach, wenn ich nicht gegenlenke. So, komm, den holen wir uns aber nochmal wieder zurück. So, scheiße. Komm, damit retten wir uns doch jetzt noch ins Ziel. Oder ist doch nur noch eine Kurve. Auch wenn es, glaube ich, egal ist, ob 8er, 9er, 10er, 11er, 12er. Oh Gott. Egal wie, Hauptsache irgendwie ins Ziel und dann haben wir es hinter uns. Starke Leistung. Du hast deinen Event-Rivalen geschlagen. Erst rein, ne? Starke Leistung. Ja, immerhin haben wir den Event-Rivalen. Hier, Conor Johnson. Ja, verschenktes Rennen, aber wir sind hier sowieso bei Street ziemlich weit vorne von den EP her. Stufe 6 haben wir ja schon erreicht. Und ein bisschen was kommt da ja noch. Ähm, ja, das nächste Event, das nehmen wir jetzt einfach auch nochmal mit. Performance in Chicago. Das heißt, eigentlich nur 90 Grad Kurven. Die finde ich eigentlich ganz gut. Würde ich mal fast behaupten, dass die uns gut liegen. Und wir starten von Platz 3 unsere... Nee, Quatsch, das ist der Gesamtstand. Wir sind Dritter. Ja, Razor Motorsports. Auch Dritter, unser Teamkollege. Ist nicht schlecht, aber es könnte durchaus besser sein. Und ansonsten alles sehr, sehr vorne, sehr eng beisammen. Ja, also, wir werden natürlich versuchen, dieses Rennen jetzt zu gewinnen. Und ja, ich mache mir da jetzt auch nicht so große Gedanken. Also, das sollte eigentlich klappen. Wir starten. Wir starten vor unseren Hauptkonkurrenten. Und lassen diese hoffentlich auch hinter uns. Leute, was macht ihr denn hier für eine Party? Stehen da alle? Meine Herren. Also, da können wir doch jetzt eigentlich vorbeifahren, wenn die da so langsam sind. Also, es sieht ganz gut aus. Das ist jetzt also schon... Ja, das ist schon... Kompromisslos, aber jetzt nicht übermäßige Härte. Jetzt haben wir allerdings wieder Plätze verloren. Boah, da hatte der genau das Gleiche vor, was wir auch vorhatten. So, der Typ hier vor uns, der Liang, den wollen wir auf jeden Fall hinter uns lassen. Boah, meine Herren. Also, das Auto richten wir hier schon wieder zu. Das ist der Wahnsinn. Der gute Audi. Ich glaube, das ist ein A6 oder was das ist. So, zweiter Platz. Das sieht doch schon mal gut aus. Eineinhalb Runden haben wir noch zu fahren. Der vor uns, das ist natürlich nur Formsache. Der fährt ja kein gutes Auto. Der ist ja hier von Platz 1 gestartet, weil er letzter war vorher. Tut mir leid. Oje. Oh, da habe ich den hier fast das Rennen kaputt gemacht. Aber so wie es aussieht, bleibt er noch zweiter. Das ist schon mal gut. Teamkollege auf Platz 7. Ist auch nicht schlecht von 12. Ja. Könnte auch besser sein. Logisch. Da habe ich mich ja voll verguckt. Da wollte ich erst nach links fahren. Ich dachte, das wäre jetzt die Stelle, wo man zweimal links hat. Ja, und ich denke mal, die schnellste Runde, da können wir auf jeden Fall nochmal nachlegen. Immer diese knappen Berührungen hier. So, und noch ist nichts zu sehen unter den ersten vier von unseren beiden Hauptkonkurrenten. Das könnte also ein gutes Rennen für uns werden. Zumindest für uns, für unser Team eher weniger, denn der Teamkollege ist Elfter und wir haben, glaube ich, gerade einen schönen Reifenschaden. Ich glaube, das dauert auch nicht mehr lang, dann ist der Reifen ganz ab. Aber das klang eben schon so ein bisschen verdächtig nach Felge. So, also, da haben wir das Auto wieder zugerichtet, aber es sagt ja, naja, genau, da ist der Reifenschaden. Hier, da ist der Reifen ab. So, vielleicht bremse ich einfach mal, damit es nicht noch schlimmer wird. Aber trotzdem noch ins Ziel gerettet. Rechtskurven gehen nicht mehr so gut. Dafür hier schöne Special Effects für die Fans. Und hat ja keiner gesagt, dass wir hier keine Kratzer im Auto haben dürfen, ne? Kratzer. Gut, also, das ist der Sieg. Und wir schauen mal aufs Glasmort. Zehn Punkte Vorsprung jetzt vor McCain. Ach, guck, hat der mal ordentlich aufgetrumpft hier von Raven West. Der McCain ja in dieser Street-Wertung eigentlich nicht unser Hauptkonkurrent, aber diesmal ist er ganz schön weit vorne dabei. Allerdings hier sieben Punkte Rückstand auf Raven West. Und Monster hat ein Punkt, äh, sechs Punkte mehr als wir. Aber wir sind dran. Ja, ich sag erstmal recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Würde mich natürlich freuen, wenn ihr in der nächsten Folge auch wieder mit dabei seid. Dann geht's hier weiter mit dem nächsten Street-Rennen. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr dann auch wieder dabei seid. Und wenn's euch gefallen hat, sehr gerne einen Daumen hoch. Macht's gut, bis dann. Wir sehen uns. Wir sehen uns.